Das Suchen und Ersetzen ist eine wichtige Technik zum Bereinigen von Zeichenketten. Im letzten Video habe ich das Suchen und Ersetzen mit der Wechseln-Funktion von Excel vorgestellt. In diesem Video erkläre ich das Suchen und Ersetzen mit R. Um diese Technik zu veranschaulichen, verwende ich die Ergebnisse einer Befragung zu den wichtigsten Apps unter meinen Studierenden. Diese Ergebnisse liegen in der apps.tsv-Datei vor. Die schauen wir uns einmal an. Damit wir etwas mehr Platz haben, verstecke ich nun den Dateibrowser und ordne die Dateiansicht auf die rechte Seite. In dieser Stichprobe sehen wir sehr schön die Rückmeldung der einzelnen Teilnehmenden. Wir kennen auch, dass es Teilnehmende gibt, die Groß- und Kleinschreibung mischen, die alle Anfangsbuchstaben großschreiben oder wie hier in Zeile 8 die meisten Buchstaben kleinschreiben. Diese Daten wollen wir bereinigen und dazu öffnen wir uns ein Jupiter-Notebook. Damit wir später wissen, was dieses Notebook ist, benennen wir als erstes unser Notebook um und nennen es suchen- und ersetzen. Im nächsten Schritt fügen wir eine kleine Überschrift ein, suchen und ersetzen in R und führen die Formatierung entsprechend aus. Und jetzt haben wir eine schöne Überschrift für unser Dokument. Wie immer verwende ich die Tidyverse-Bibliothek, die ich mit der Library-Funktion einbinde. Zusätzlich verwenden wir in diesem Beispiel die Tidy-Tags-Bibliothek. Die Tidy-Tags-Bibliothek gibt uns einen sehr leistungsfähigen Tokenizer, mit dem wir Zeichenketten in einzelne Worte oder andere Strukturen zerlegen können. Diesen Tokenizer sprechen wir über die Unnest-Tokens-Funktionen an. Binden wir also diese beiden Bibliotheken ein. Als nächstes lesen wir nun unsere Daten aus der apps.tsv-Datei ein. Wir nennen die Variable Textdaten und verwenden die read-tsv-Funktion, denn unsere Datei endet auf der tsv-Endung und deshalb wollen wir entsprechend die richtige Einlesefunktion verwenden. Wir übergeben hier den Namen der Datei, die da heißt apps.tsv. Wir führen auch diese Zelle aus und wir bekommen die Rückmeldung, dass unser Einlesen erfolgreich war und wir genau einen Vektor eingelesen haben. Dieser Vektor ist unser apps-Vektor, der der Überschrift in unserem Stichproben-Objekt entspricht. Diese Textdaten wollen wir nun auseinandernehmen. Dazu vereinheitlichen wir erst einmal die Schreibweise. Wir fangen mit unseren Textdaten an und transformieren die Schreibweise mit der mutate-Funktion. Die mutate-Funktion soll also unseren apps-Vektor verändern. Das heißt, wir fangen an mit apps ist gleich apps. Und jetzt machen wir eine kleine Funktionsverkettung und schmeißen erst einmal alle überschüssigen Leerzeichen aus unseren Zeichenketten. Das machen wir mit der str-trim-Funktion. Im zweiten Schritt vereinheitlichen wir die Groß- und Kleinschreibung. Ich schlage immer vor, dass wir die Buchstaben klein schreiben. Also verwenden wir die str-to-lower-Funktion. Das Ergebnis dieser Funktion übergeben wir an die head-Funktion, damit wir nachvollziehen können, was das Ergebnis ist. Wir sehen, dass alle Abnahmen nun einheitlich kleingeschrieben sind. Dieses Head brauchen wir jetzt nicht mehr und wir benutzen jetzt unseren Tokenizer. Wir verwenden die unnest-tokens-Funktion. Und diese Funktion erwartet zwei Parameter. Das erste ist der Ziel-Vektor, den nennen wir ab, weil wir jede ab einzeln für sich stehen haben wollen. Und der zweite Parameter ist der Quell-Vektor. Und das ist in unserem Fall der apps-Vektor aus unseren Rohdaten. Wieder übergeben wir das Ergebnis an die head-Funktion, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie unsere Daten nun ausschauen. Wenn wir die Zelle ausführen, sehen wir, dass wir nun einen Vektor haben, der nicht mehr apps, sondern up heißt. Und wir jede app schön untereinander in einem eigenen Datensatz zu stehen haben. Diese Daten wollen wir jetzt auswerten. Das machen wir mit der GroupBy-Funktion, die wir auf diesen Vektor anwenden, nämlich auf den Vektor up. Die GroupBy-Funktion nimmt aus diesem Vektor alle gleichen Werte und fügt sie zu einer Unterstichprobe zusammen, die wir isoliert auswerten können. Und das machen wir mit der Summarize-Funktion. Und zwar wollen wir einen neuen Vektor n anlegen, der die Länge der jeweiligen gruppierten apps zusammentragen soll. Wieder übergeben wir das Ergebnis an die head-Funktion und lassen uns das Ergebnis anzeigen. Wir sehen, dass wir nun eine Auswertung haben mit 1, 1Password, 2, 20, 20 Minuten und so weiter. Und in der zweiten Spalte haben wir n und sehen die Häufigkeit der Nennung der entsprechenden Werte. Sie sehen, dass wir hier ganz offensichtlich Daten bereinigen müssen. Wir wollen natürlich in diesem Beispiel nicht alle Daten bereinigen, sondern nur ein Beispiel illustrieren. Dazu suchen wir uns bestimmte Daten mit Hilfe der Filter-Funktion heraus. Mit der Filter-Funktion können wir einzelne Datensätze in unserer Stichprobe isolieren und anzeigen. In unserem Fall verwenden wir die String-Detect-Funktion, um im Abvektor alle Werte, die mit Instagram zu tun haben, herauszufiltern. Ich gebe also als Suchmuster Insta ein und lasse mir das Ergebnis anzeigen. Wir sehen im Ergebnis hier unten jetzt sehr schön, dass es offensichtlich zwei Schreibweisen von Instagram in unserer Stichprobe gibt. Einmal Instagram mit einem M, das haben die meisten verwendet, sowie drei Nennungen von Instagram mit Doppel-M. Dieses zweite Instagram möchten wir vereinheitlichen, sodass in unserem Stichprobenobjekt einheitlich Instagram mit einem M steht. Dazu erweitern wir unsere Transformation in der Mutate-Funktion und fügen eine zweite Zeile ein. Diese zweite Zeile beginnt wieder mit der Transformation des Abs-Vektors. Und wir starten als Ausgangsquelle mit unserem ursprünglichen Abs-Vektor, der in diesem Fall nun schon die korrigierten Daten enthält. Auf diesen neuen Vektor wenden wir die String-Replace-Funktion an. Die String-Replace-Funktion sucht ein Suchmuster und wenn es dieses findet, ersetzt es dieses Muster durch eine Ersetzung. Wir können also hier schreiben, Instagram mit Doppel-M, das ist unser Suchmuster und wir wollen es durch das Instagram mit einem M ersetzen. Nun können wir diesen erweiterten Code ausführen und wir sehen, dass wir nun alle 78 Nennungen von Instagram zusammengefasst haben. Betrachten wir ein etwas komplexeres Beispiel für das Suchen und Ersetzen und filtern nun nicht nach Instagram, sondern nach Mail. Wir erkennen jetzt schön, dass wir verschiedene Nennungen haben, die auf der Suchmuster Mail treffen. Wir haben E-Mail, wir haben Gmail, wir haben Hotmail, wir haben Mail und Mails. Wenn wir verschiedene Nennungen haben, könnten wir einfach die String-Replace-Funktion hintereinander ausführen. Das ist aber nicht besonders effizient und deshalb verwenden wir die String-Replace-All-Funktion. Mit der String-Replace-All-Funktion können wir einen Ersetzungsvektor auf unsere gesamten Daten anwenden und wir müssen nicht jede einzelne Ersetzung als Funktionsaufruf organisieren. Dazu passen wir unseren Funktionsaufruf an und tauschen unsere Instagram-Ersetzung gegen ein R-Objekt aus. Ich schneide also unsere Ersetzung aus und nenne das R-Objekt Ersetzungen. Dieses Objekt existiert natürlich noch nicht und wir müssen es anlegen. Ersetzungen legen wir an, indem wir einen Vektor definieren. Und dieser Vektor soll natürlich unseren Instagram-Austausch beinhalten. Und das machen wir, indem wir als Namen für unseren Vektor das Suchmuster angeben und diesem Namen den jeweiligen Vektorwert zuweisen. Also wir haben jetzt einen Vektor, der den Wert Instagram enthält und dieser Wert Instagram hat den Namen Instagram mit Doppel-M und die Replace-All-Funktion verwendet den Namen als Suchmuster und als Ersetzung dieses Instagram hinten als Vektorenwert. Kommen wir zurück zu unseren E-Mails. Dort sehen wir, unten gibt es ein Plural von Mails und diesen Plural wollen wir durch das Singular Mail ersetzen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir als Namen Mails, den Plural angeben und dann Mail als Ersetzung hinzufügen. Wir müssen abschließend ein Komma hinzufügen, damit wir unsere Instagram-Ersetzung beibehalten. Führen wir diese Zelle aus, dann sehen wir jetzt, dass das Mails verschwunden ist und diese zwei Nennungen in die Nennungen von Mail eingeflossen sind. Wir wollen unsere Werte nun aber noch weiter vereinheitlichen. Erstmal wollen wir Gmail und Hotmail als E-Mail bezeichnen, da uns die jeweiligen Anbieter nicht interessieren. Also fügen wir zusätzliche Zeilen ein, einmal für Gmail, das wir gegen E-Mail ersetzen und einmal Hotmail, das wir ebenfalls gegen E-Mail ersetzen. Führen wir nun unsere Codezelle aus, dann sehen wir, dass wir nur noch Nennungen von E-Mail und Mail übrig behalten. Auch die wollen wir weiter korrigieren. Als nächstes überführen wir alle Mail-Nennungen ebenfalls in E-Mails. Machen wir es so, dass wir sagen, am Anfang gibt es ein Leerzeichen und dann wird dieses Leerzeichen von Mail gefolgt. Dieses Suchmuster wollen wir gegen E-Mail ersetzen. Und hier müssen wir aufpassen, dass wir das Leerzeichen vom Anfang des Suchmusters nicht wegwerfen, sondern auch bei unserer Ersetzung beibehalten. Führen wir die Zelle nun aus, sehen wir, dass nicht alle Mail-Nennungen in die E-Mail-Nennungen überführt wurden. Schauen wir einmal nach, was dort vor sich geht. Wir gehen also in unsere Daten und suchen mit der Suchfunktion, die wir mit Ctrl-F aufrufen, nach unseren Vorkommnissen von Mail. Wir sehen jetzt, wenn wir diesen Suchbegriff eingegeben haben, dass unsere jeweiligen Datensätze gelb hervorgehoben werden, wenn Mail vorkommt. Also hier haben wir zum Beispiel Mail in Gmail. Und hier haben wir einen der Übeltäter. Hier steht das Mail am Anfang unserer Zeichenkette und dort haben wir kein führendes Leerzeichen. Also müssen wir einen anderen regulären Ausdruck verwenden, um dieses Mail zu ersetzen. Also sagen wir als Namen das Dach, also das Circumflex, mit Mail dahinter. Und damit sagen wir R, dass wir hier Mail am Anfang einer Zeichenkette suchen. Und auch diese Mails wollen wir gegen E-Mail austauschen. Und wieder führen wir den Code aus und sehen, dass wir immer noch nicht alle Nennungen von Mail in E-Mail überführt haben. Gehen wir ein bisschen weiter und suchen nach weiteren Nennungen von Mail in unseren Daten. Hier haben wir nun ein E-Mail mit Bindestrich. Dieses E-Mail mit Bindestrich haben wir noch nicht ersetzt und müssen das ebenfalls separat abfangen. Gehen wir das ein und sagen I-Mail soll ebenfalls in E-Mail ersetzt werden. Führen wir nun diese Codezelle wieder aus und wir sehen, dass wir noch eine Nennung von Mail übrig haben, die wir noch nicht in E-Mail übersetzt haben. Jetzt suchen wir nach dem Übeltäter. Wir scrollen also durch unsere Daten und schauen, ob wir irgendwo ein Mail hervorgehoben finden, das wir noch nicht behandelt haben. Hier haben wir einen Übeltäter. Hier steht gmx in Klammern Mail und die Klammern sind kein Leerzeichen, sind kein Bindestrich und deshalb müssen wir diese separat abfangen. Also geben wir als Suchbegriff Klammer auf Mail, Klammer zu ein und ersetzen das mit E-Mail, so wie wir es die ganze Zeit schon gemacht haben. Und hier müssen wir jetzt aufpassen, denn die runden Klammern haben eine besondere Bedeutung in regulären Ausdrücken. Die runde Klammer gruppiert nämlich das Muster zwischen den runden Klammern. Weil wir aber hier das Symbol der runden Klammer meinen, müssen wir es entsprechend durch einen Backslash schützen. Weil es sich hier um eine R-Zeichenkette handelt, müssen wir das mit zwei Backslash machen. Und zwar für beide Klammern. Wenn wir jetzt unsere Code-Zelle ausführen, dann sehen wir, dass wir 37 Nennungen von E-Mail haben. Nun ist es ja so, dass wir Produkte wie Gmail und Hotmail eliminiert haben. Jetzt gibt es noch ein anderes populäres Produkt, das nicht Mail im Namen hat. Und das ist Outlook. Und auch Outlook möchten wir in E-Mail übersetzen, denn uns interessiert nicht die Nennung von Outlook als separate ab, sondern uns interessieren hier die Nennungen von E-Mail-Ups als Ganzes. Führen wir nun unsere Code-Zelle aus und wir sehen, dass wir plötzlich nicht mehr 37 Nennungen haben, sondern 54. Und diese zusätzlichen Werte stammen einzig und allein von den Nennungen von Outlook. Schauen wir uns noch einmal die Technik im Detail an. Unser Suchen und Ersetzen reduziert sich im Wesentlichen auf die Transformation unserer Rohdaten. Im ersten Schritt transformieren wir unseren Vektor, indem wir Leerzeichen entfernen, das machen wir mit der String-Trim-Funktion, und danach die Groß- und Kleinschreibung aller Werte vereinheitlichen, was wir mit der String-to-Lower-Funktion erreichen. Danach erstellen wir einen Ersetzungsvektor, in dem wir alle unsere Ersetzungen eintragen und diesen dann an die String-Replace-All-Funktion übergeben. Unnest-Tokens, Group-By, Summarize und Filter dienten in unserem Beispiel nur der Veranschaulichung unserer Technik. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anwenden des Suchen und Ersetzen mit R. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anwenden des Suchens.